Wir waren gerade bei Yuzu Games und haben eine Präsentation über Senseia, das Mobile-Spiel bekommen. Schaut mal rein! Hi! Saintsia Awakening – Knights of the Zodiac ist eine Strategie-RPG, wo Spieler die Rolle von einem Saint nehmen, um die goddess Athena zu retten. All die Spiele sind in Purchase. Und natürlich sind die Leute beschäftigt, dass wenn es ein free-to-play-Spiel ist, dann es ist Pay-to-Win. Aber ja, es gibt Mikro-Purchases, die in-game sind. Es sind die Gäste zu verbessern, das die Schweden, die geringe Ernährung in Gäste nicht affectliche Spiele, die Sie und die Gäste nicht, die zu gewinnen. Die Battle Mode ist17-Draft und Spiel-Bad und Unit-Bad. Aber als Spielsprozess, werden sie vom Gäste gerne gehören, um neue Gold-Zimäte und Gold-Diamond zu geben. Die Spiel ist auf iOS und Android. Im Tank ist aktuell zur Preregistration nun und der Spiel ist IMipre. es wurde in der Süd-East-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast. Es ist die Nummer 1.-Grossing-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast. Es ist die Nr. 1.-Grossing-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast-Ast. Und dann ist es im nächsten Mal ein Western-Market. Es wird in Englisch, Fremsch, Spanisch, German, Portuguese und Russisch. so that players throughout Europe and America, and North and South America, can enjoy the game. Based on their language, we'll have the in-game language that they select, and then they have the choice whether the voice-over will be the Japanese voice-over, as narrated by top Japanese voice artists. Yeah, there are hundreds of saints to choose from. So obviously Saint Seiya is the most popular character, but in the fight to protect the goddess Athena, there are hundreds to choose from. On a corporate strategy level, Yuzu Games is obviously a Chinese gaming company, and what we're really trying to do here is bring an Asian hit to the Western market. Saint Seiya is a Japanese childhood classic, and we're really seeing a revival in the popularity of anime, which is why we're finding a market for this type of game. We got toapse風 bottle, and protectors can take its first. going in there… nośćما licacity… 義ukes… …is… 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 …and…is… …is… 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 преступ…